Da. Hab ihn. Okay. EMOP-Granaten. Ach, da bist du rein. Ja, ihr nicht. Da geht's doch bestimmt noch weiter. Klar. Moment, kurz aufheilen. Ich wollte gerade auf dich schießen, weil ich... So eine Sprenggranate ist aber auch sehr gesund für dich bei deinem Leben, glaube ich, gerade gewesen. Jetzt geht's ja wieder. Und noch eine Lok. Später. Also gleich. Jo. Und... EMOP-Granaten. Ja. Und eine Pistole. Die hat bestimmt noch Money. Die kannst du haben. Und eine Milka-Schokolade. Molka. Molka. Molka? Meiner steht Molka drauf. Mal nachschauen. Ich glaube, da steht wirklich Milka. Nein. Da steht tatsächlich Milka-Alpenmilch. Ja. Ich find's aber auch schön, wie der Kerl da oben stand. Gerade nach seiner, ähm... Granate gegriffen hat da oben. Und ich so... Nein! Sprenggranate hoch! Hehehe. Keine Milka. Ich habe diese Sprenggranaten mögen gelernt. Ja. Hier ist noch eine, ähm... Psi... Psi-Spitze drin. Was wo? Wie? Was? In dem Tisch hier unten. Im Tisch? Ja, im... im Raum da hinten in der Ecke. Der Raum. Okay. Hier ist noch eine Psi-Spitze drin. Ich war zugeschmissen mit den Dingern. Ich glaube, ich kann mehr... Da, in der Kisten da. Hinter dir. Ich glaube, ich sollte mal ein paar mehr Enden fliegen lassen, damit ich die Psi-Spitze noch verwenden kann. Natürlich, guck mal sicher. Rock? Ja. Gott. Verdammt, Kathrin! Sind Sie verrückt? Einer der Sicherheitsbots hat mich gerade attackiert. Und ich bin sicher, dass du hinter dir bist. Du bist wirklich, wirklich außer Hilfe. Du weißt, du wirst nicht verantwortet, bis du mich weggebracht hast. Hm. Kurze Frage. Ja? Das ist irgendwie in jedem Spiel so. Überall, wo es Loks gibt von Leuten. Oh mein Gott, ich werde attackiert! Ich werde attackiert! Erstmal Facebook posten! Oder so? Ja. So in der Art. Erstmal einen Log darüber schreiben. Äh, ich häng' in der Decke. Du so nicht. Jetzt nicht mehr. Okay, dann aufwärts. Anderes. Und noch einen Log. Meine Fresse. So viel Content. Dann hör'n wir das auch gleich jetzt. Jo. Ha! Es klingt, wie du hast die Routine-Security-Maintenance auf der Box gebraucht. Und das ist, wo sie jetzt nicht funktionieren. Du bist wirklich auf der Kriege. Und dann versuchst du mich für deine Inkaubung. Du wärst besser versuchen, Dinge direkt zu stellen, bevor sie alle geschlossen sind. Ich versteh's nicht. Gab's keine Telefone? Mussten die sich hier immer die... ins Postfach legen, irgendwie die... die... die Logs, oder wie? Ja. Konnten die nicht so mit sich miteinander reden? Nein, nein, nein. Die eine hat Tagschicht, die andere hat Nachtschicht. Das war jetzt deine Ferndiagnose. Ja. Noll. Ähm, was? Wieso läufst du vor mich, wenn ich anfange, ne Ganate zu schießen? Weiß ich nicht, aber es hat nicht geklappt. Du läufst wirklich in dieser Millisekunde direkt vor mich, ne? Vor mich. Vor mich, ja. Ey, Alter, lauf ich vor dich. Voll krass, Alter. Kann sowas nicht. Och, nö. Hm, was denn? Kommst du? Ich bin schon da. Ich bin hinter dir. Na, wo ist der Kerl? Okay. Ehrlich? Ja, ist die Sprenggranaten irgendwie nicht wert, der Kerl. Let it be, let it be. Hör auf. Foto, äh, Foto, bla, Poster. Reinschauen wir die Troste nochmal. Gut. Hi there. Please make your selection. Wie, das ist für dich. Was ist für mich? Granaten und ein Revator-Tool. Nice. EMP-Granaten sogar. Boah. Da kann mich jemand leiden. Oder du brauchst sie bald. Und noch ein Lock. Und aufheilen. Und Lock hören. Jo. Der Code für Reaktor-Control Computer 2 ist 14705. Gut, dann haben wir den zweiten. Jetzt fehlt nur noch der erste. So ein Aufwand. Mhm. Wobei ich eigentlich auch nur zwei gesehen habe. Das ist seltsame. Wo bist du? Äh, ich stehe hier in der Mitte rum. Im Raum. Vor dir. Ich höre deinen Schlag, aber ich sehe dich... Ach du... Du läufst... Ah, jetzt sehe ich dich. Okay, hi. Ja, du wurdest bei mir irgendwie noch da oben auf der Brücke gerendert. Achso. Gut, das heißt, wohin jetzt? Wieder zurück? Doch nicht. Na komm, mach auf. Nein. Ach, der kommt selber. Mhm. Deswegen sagte ich, er soll aufmachen. Man hört, dass der näher kommt. Ja. Debras. Best. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Auf der anderen Seite vielleicht. Auf der anderen Seite vielleicht. Nein, hier ist nicht, Alter. Ja... Glaub ich auch nicht. Wo bist du hin? Hier hinten rein. Hier hinten rein. Hast du schon, ob hier noch irgendwas ist vielleicht? Okay. Hier ist schon offen. Wo bin ich wieder? Wo bin ich wieder? Ach, ich glaube, ich weiß wo ich bin. Ja. Ja. Also ich bin jetzt am QBR. Ja. Weil du gestorben bist. Ja. Ich bin auch in der Nähe vom QBR. Ja. Ja. Ich hab zu ihm gesehen. Was? Ah, da hinten bist du. Hi. Hi. Och nö, oder? Ich hab das. Es ist nur kleiner. Keine MP mehr? Doch, aber ich krieg dich auch nicht ausgerüstet. Ja. Stimmt, der explodiert hier. Ja. Okay. War das hier? Ne, wo war das? Oh, das war da hinten, ne? Ne, das war hier. Weiter durch, ja. Hier. Ach, dann, okay. Die Tür. Perfekt, weil dieses Teil will ich nämlich haben. 40 Naniten und ein Diagnose-Reparatur-Tool. Wo liegen die? Hier. Da nochmal ins Fressen davon. Halt hier einfach mal standardmäßig vielleicht 15 Leben, ne? Das ist praktisch. Mhm. So. Okay, was haben wir sonst noch? Hier ist noch die Waffenkammer und irgendein Versteck. Von den Codes her. Der ist friedlich. Ist auf mich fixiert. Was? Jo, seh ich. Er war auf mich fixiert. Aha. Koних. Für die Waffen am vom Professor Wimmer. Armed beer ist ein Buren-Wimmer, weiß man nicht ihn so aus, das Gelder, ne? Ich nerve panelists muss, aber es wird schon lite, das Geldern. Alles klar, istANGly einfach, geht es so aus. 안 gut bis jetzt gehen Aut Bible mit Michelin, Modul zum Aufwerten. Was? Wo? Moment, ich komm grad zurück. Vom Aufzug aus, die linke. Dann geradeaus. Und dann rechts. Ich muss erstmal mit dem Cybercare fertig werden. Ah, hier ist noch ne Tür, die zu ist. Mit nem Code. Äh, Moment. Die Codes wären... Ich bin hier. Ich bin direkt hinter dir gerade. 7-5-2-1. Achso, okay. 7-5-2-1-8. Okay, Moment. 7-5-2-1-8. Passt. Okay. Waffenkammer. Schön, die Schwere hat... Sturmgewehr! 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 Kann ich noch nicht tragen. Bäh. Oder doch, oder? Ernährungsgranate. EMP-Granaten. Kann ich doch schon tragen, glaub ich. 156-2-1... 1000-5-5-1-8-9-204. Cyber Sonder und... noch ein French Abstandgerät für dich. Ja. Und Naniten hier. Äh, nicht Naniten. Kann ich noch tragen? Erfordert Waffe Standard von 6. Boah. Wo sind die Upgrade-Einheiten? Äh, Moment. Ich brauche nämlich jetzt ganz dringend Waffen Standard von 6. Und ich brauche Stärke von 6. Oder 5, oder was war das? Wofür? Für die Schwer-Kampf-Watzerung. Ah. Die du ja, glaube ich, schnattest, oder? Ich trage gerade die Leichte noch. Okay. Lag die Schwere da rum, oder hast du die gerade in der... in der... in der... dabei, oder wie? Ja, die lag da rum. Also von mir jetzt kannst du die auch haben. Dann nehme ich halt deine Leichte wieder. Da. So, erstmal Waffe auf 6 gemacht. Was habe ich denn bei Stärke? Mal gucken. Stärke habe ich jetzt auf 4. Wow. Die kann ich gar nicht auf 6 machen. Gerade. Ich glaube, diese Remote Pattern Detection ist jetzt hilfreich. Also praktisch, ähm, Radar für wichtige Items. Das könnte sogar sehr praktisch sein, ja. Aber funktioniert nicht das hier überhaupt? Sorge. Kann ich mal kurz nochmal deine EMP-Gewehr haben? Äh, sicher. Ich lege jetzt mal ein bisschen beiseite. Ähm, brauchst du Energie von 6? Wow. Mhm. Das zu reparieren braucht... Wartung, Fähigkeit 6. Ich bin Wartung bei 3. Wartung 4. Wartung 5 habe ich jetzt. 6 schaffe ich noch nicht. Ich habe gerade Heck hochgemacht. Das macht keinen Sinn. Egal. So, nach 104 Cyber-Module. Dann kann ich endlich die richtig schönen Sachen nehmen. Das Wichtigste für mich ist, ich habe mein Sturmgewehr. Ja. Äh, die Kampfkonsum? Die liegt da. Also, ich soll die schwer nehmen. Ich kann die gerade eh nicht tragen, also. Okay. Gut, dann bin ich jetzt wieder fast leide. Ich habe noch... 10 Upgrade-Module. Ich habe noch 11. Das ist eine ziemliche Satsache, dass ich erstmal hier... nochmal Modifying versuche. So, Item Detection. Ja, funktioniert. Nice. Modifying von 4. Habe ich Modifying 4 nicht schon? Wie lange hält das nochmal? Was? 1 Minute pro PC. Das heißt, 6 Minuten lang habe ich den Radar jetzt hier. Das ist okay. Praktisch, oder? Ja. Ich würde zwar im Schirm, wie ich gerade weiter meine Waffen upgrade. Und keinen Schimmer habe, was ich eigentlich, ähm... Der Veranstalter, ja, ja. Ja. Kann ich ja nirgendwo lesen. Cannot be modified any further. Cannot be modified any further. Darauf war. Hm? Willst du mir deine Waffen auch noch gleich geben? Äh, sicher. Äh, das MP-Gewehr reparieren? Reparieren kann ich noch nicht. Okay. Das kann ich erst mit der nächsten Stufe. Die nächste Stufe brauche ich noch. Moment. 58. Dann die, äh, 58 von den Punkten. Weil die einfach reparierend 6 braucht. Mhm. Aber, ich meine, aufwerten kann ich die trotzdem schon mal. Vielleicht. Achso, ich dachte, das hast du schon. Ne, weiß ich nicht. Ich habe ja gerade auch... Ich habe ja auch Wertungen auf was höher gemacht. Ne, dafür brauche ich Modify 5 für das nächste. Hast du noch eine andere Waffe dabei? Äh, die Laserpistole. Ich glaube, die hat nichts zum Modifizieren. Und die Pistole, die ich gerade reingeschoben habe. Ne, die braucht Modify 4. Das habe ich jetzt im nächsten... In der nächsten Runde. Okay. Die kann ich aber noch... Ja, die kann ich noch problemlos. Die Pistole. Vielleicht zweimal. Ja, zwei Modifikationen gehen immer. Okay. Was die zweite macht, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, die macht einfach mehr Schaden dadurch. Oder hält besser, oder? Noch kurz. Oder kriegt die noch mehr Ammo? Ne, kriegt die nicht. 24. 24. 24. 24. 24.